Ich habe schon in unserer Eingangsmoderation gesagt, wir sind sehr froh, dass Sie da sind. Wir hatten auch gestern die Handreichung angesprochen, die wir im Rahmen des Projektes Deutschland intelligent vernetzt von Ihnen bekommen haben. Die liegt auch, glaube ich, aus, da müssen wir nochmal nachschauen, ob wir die hier zugänglich machen können, weil das ist für uns auch nochmal eine sehr schöne Geschichte, wenn in sechs Seiten sozusagen dargestellt wird, wo jetzt die Zielaktivitäten sind. Ihre Vita kann man, denke ich mal, in unterschiedliche Bereiche rein definieren. Sie haben eine Menge Ehre erworben und eine Menge Kompetenz, sind einerseits T-Systems zugeordnet, andererseits sind Sie der Projektleiter für das Projekt Nationaler IT-Gipfel und dementsprechend wirklich ein Mann, der in der Szene sehr bekannt ist und viel unterwegs ist. Und ich denke, das wollen wir jetzt gar nicht viel weiter auswalzen, sondern ich gebe Ihnen einfach das Wort. Ganz herzlichen Dank. Kann man mich eigentlich hören? Also ich höre mich nicht, aber wenn Sie mich hören, ist gut, bestens. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch sehr, bei Ihnen zu sein heute. Ich habe wahrgenommen, gestern und auch heute, dass einiges von dem, was ich sagen könnte, schon gesagt wurde. Also insofern werde ich natürlich versuchen, nicht zu wiederholen und auch nicht zu sehr ins Detail zu gehen, was jetzt die einzelne Arbeitsgruppe oder das Dokument angeht. Sie können auch im Nachgang alles nachvollziehen. Das ist alles sauber dokumentiert und ich werde gleich mal versuchen, auch ins Web zu gehen. Mein Thema heute, über das ich mit Ihnen reden möchte, ist die Frage, wie wir intelligent vernetzte Städte und Regionen dazu nutzen, um die Digitalisierung in Deutschland in die Fläche zu bringen. Deswegen dieser Titel und ich gehe damit ein Stück weit natürlich auf eine andere Ebene als bei den Vorrednern gerade eben, also weg von der technischen Ebene. Auch möchte ich gar nicht so sehr in die Definitionsfrage gehen. Also ich finde das sehr wichtig, was dort gerade eben angesprochen wurde, DIN mit der Normungsroadmap. Ich sage für mich, sehr, sehr simpel, intelligent vernetzte Städte oder Smart City, das ist die Vision von der digital vernetzten Stadt und Region. Und dahinter steckt ganz, ganz viel und wie komplex das ist und was das auch bedeutet an Prozesskomplexität dahinter und an Anforderungen. Darüber möchte ich mit Ihnen heute reden. Ja, also die Aufgabe ist es, oder die Aufgabe, über die ich mit Ihnen heute sprechen möchte, ist, inwieweit wir es schaffen, Deutschland tatsächlich als einen modernen Staat, ein modernes Land zu digitalisieren. digitalisieren, nein, digital zu transformieren. Da danke ich Markus Wartner nochmal sehr herzlich, dass er das nochmal so eindeutig klargestellt hat, weil wir die Begrifflichkeiten Digitalisierung und digitale Transformation so auf Synonym verwenden. Und in der Tat reden wir über einen Transformationsprozess. Und Transformationsprozesse haben so ihre Eigenheiten. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ja, wie eben angesprochen, gibt es den Prozess des nationalen IT-Gipfels seit dem vergangenen Jahr, seit diesem Jahr den nationalen Digital-Gipfel. Und hier hat die Bundesregierung was Gutes getan, nämlich die Treiber der IT-Branche, der Wissenschaft und der Politik zueinander zu bringen, schon 2007, 2006, im ersten IT-Gipfel seiner Zeit. Das ist zu einem richtig großen Prozess geworden. Wenn der IT-Gipfel als Tag stattfindet, dann sind das etwa 3000 Personen, die dort kommen. Aber vor allen Dingen interessant ist, unterjährig treffen eine Vielzahl von Plattformen und Projekten zusammen. Die meisten von Ihnen werden von der Plattform-Industrie 4.0 gehört haben. Und es gibt halt auch Plattformen, in der die intelligente Vernetzung und die digitale Vernetzung mit Smart City im Bauch im Digital-Gipfel-Prozess behandelt wird. Wir haben das Thema etwa vor Smart City mit der Expertengruppe vor zwei, drei Jahren ins Leben gerufen, ist aber zuvor schon behandelt worden, nämlich in verschiedenen Fokusgruppen. Deswegen zeige ich Ihnen gleich auch nochmal ein bisschen Rückblick auf das eine oder andere, was hilft, in diesen Prozess sich hinein zu versetzen. Wir haben, und das ist das, was Sie jetzt hier hinter mir sehen, so ein bisschen sowas wie eine Dachmarke geschaffen, weil eine ganze Reihe von Aktivitäten entstanden sind. Und das nennen wir Deutschland intelligent vernetzt. Und wenn das gleich klappt, gehe ich auch mal kurz auf die Website, weil da können Sie viel besser sehen, was dort alles passiert. Das habe ich mir nochmal von dem Herrn Dr. Knaut ausgeliehen, was er gestern gezeigt hat. Hätte ich natürlich auch von Herrn Ibel vielleicht kriegen können in einer besseren Auflösung. Ist nochmal ein ganz wichtiges Hintergrundchart meines Erachtens nach, nämlich zu verstehen, wenn wir über Digitalisierung von Städten und Regionen reden, reden wir aus dem Gipfelprozess heraus zumeist über die intelligente Vernetzung. Das heißt, die intelligente Vernetzung der Infrastrukturbereiche und der Lebensbereiche. Und das ist ein Zwilling zur Industrie 4.0. Industrie 4.0 hat eine gewisse Bekanntheit erlangt, gerade auch auf der politischen Ebene und auch auf der kommunikativen Ebene. Die intelligente Vernetzung hat das so als Begriff nicht. Aber Smart City und auch Smart Region stehen an, diesen Begriff zu beerben und als Zwilling von Industrie 4.0 verstanden zu werden. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für alle, die sich in den Prozess begeben, ob nun regional vor Ort oder ein bisschen größer geschaut auf Landesebene oder gar Bundesebene oder darüber hinaus, dass wir hier auf Augenhöhe mit diesem Thema zu dem Industrie 4.0-Thema allemal spielen. So, es ist entstanden im Digitalgipfelprozess eine gewisse Systematik, jetzt nicht DIN-normfähig, aber doch hilfreich. Und das ist unser sogenannter Nutzen-Anwendungskreis. Wir haben nämlich mal gesagt, die intelligente Vernetzung im Sinne der Basisinfrastrukturen. Worüber reden wir hier eigentlich? Und was für einen Sinn machen die? Was für einen Nutzen bringen die? Was Sie vielleicht sehen von da hinten, ist in der Mitte dieser kleine dunkle Kreis, da steht Breitbandvernetzung. Ich glaube, wir brauchen uns überhaupt nicht darüber unterhalten, dass eine flächendeckende, höchstmögliche Breitbandvernetzung Grundlage jeglicher Digitalisierung und digitalen Transformation im Land und in den Städten und den Regionen ist. Und ich möchte auch heute nicht so sehr darüber reden, auch wenn ich natürlich als Telekommer hier stehe. Das ist natürlich nach wie vor eine riesen, riesen Aufgabe, allein erst mal diesen Infrastruktur-Aspekt abzudecken. Und Ihnen erzähle ich nichts Neues, wenn ich sage, dass natürlich die nächste spannende Technologie mit 5G unmittelbar bevorsteht und wir an vielen Stellen daran arbeiten, auch im Kontext Smart City, Smart Region, das natürlich frühzeitig auch in die Umsetzung zu bringen. Worüber ich mit Ihnen reden möchte, sind aber eigentlich die Anwendungsbereiche drumherum und die Systeme, die dort entstehen. Also im Bereich der Verwaltung, im Bereich Energie, im Bereich Verkehr, im Bereich Bildung, im Bereich Gesundheit beispielsweise. Diese Bildchen, die Sie dort sehen, das sind übrigens alles Abbildungen von Expertengruppen, die wir dort im IT-Gipfel auf den Weg gebracht haben. Und da lohnt es sich auch tatsächlich mal reinzuschauen. Deutschland-intelligent-vernetzt.org ist die Webseite. Und ich werde auch gleich nochmal das eine oder andere Mal darauf verweisen. Ja, Ausgangspunkt der Arbeiten dort im Digital-Gipfel, IT-Gipfel, war im Grunde diese Anforderungsübersicht. Dass wir nämlich sehen, dass aus den Anwendungsfeldern heraus sich Veränderungen und Anforderungen ergeben, die wir auf der anderen Seite natürlich technisch bedienen und lösen können, die Herausforderungen. Und haben dann diese Begrifflichkeiten der intelligenten Netze benutzt. Letztlich steckt das in Smart City, Smart Region, wie eben schon angesprochen, drin. Und Herr Knauth hat gestern wunderbar in seiner Keynote schon deutlich gemacht, wo wir eigentlich stehen. Nämlich nicht so weit, wie wir eigentlich hätten sein können oder wollen. Und jetzt habe ich gedrückt hier zwischenzeitlich. Das Entscheidende ist, dass wir festgestellt haben, wir haben über mehrere Jahre auf bundespolitischer Ebene dieses Thema adressiert. Warum? Weil natürlich Themen wie Energiewende oder auch Digitalisierung, Gesundheitswesen, alles Themen sind, die sie auch auf Bundesebene rechtlich, regulatorisch steuern. Aber am Ende des Tages passiert natürlich die Umsetzung vor Ort in den Städten, in den Regionen. Und deswegen sind wir im Digitalgipfel vor zwei, drei Jahren begonnen, uns mit der Expertengruppe Smart City, Smart Region explizit um die Fragestellung dort der Regionen und der Städte zu kümmern. So, was wir festgestellt haben ist, dass es eine ganze Vielzahl von Pilotprojekten in Deutschland gibt. Ich würde ja fast sagen, es gibt nichts, was es nicht schon irgendwo pilotiert gibt. Aber das große Problem ist, wir kriegen es nicht in den Rollout. Oder viel zu wenig. Finanzierung ist hier und da angesprochen worden. Hier ist natürlich insbesondere EU schon Vorreiter. Also beispielsweise Horizon 2020 ist den meisten von Ihnen ja sicherlich ein Begriff. Aber national hat der Dr. Knaut gestern auch nochmal deutlich gemacht, ist da eigentlich viel zu wenig auf den Weg gebracht worden. Die Fördergelder, die gehen eher in andere klassische Bereiche und da besteht großer Nachholbedarf. Wichtig ist mir nochmal der untere Punkt, der auch schon angeklungen ist heute. Letztlich ist es nicht die Technik, die die größte Hürde und die größte Herausforderung darstellt. Es ist die Umsetzung, der Umsetzungsprozess und maßgeblich, wenn ich jetzt mal auf die Bundesebene gehe, der rechtlich-regulatorische Rahmen. Denn in diesen Feldern, über die wir hier reden, sind sie halt reguliert. Nicht zu Unrecht meist. Aber dann muss natürlich der Regulierer und die Politik auch nachkommen, rechtzeitig zu agieren. So, was haben wir gemacht seinerzeit? Und da nur ganz kurz zurückgeblickt. 2012 ist eigentlich der Urschleim dieser ganzen Gruppe und dieser ganzen Aktivitäten entstanden. Wir haben damals der Bundesregierung eine Empfehlung für eine nationale Strategie intelligente Netze übergeben. Und darin fand sich dieses kleine Schaubild mit den verschiedenen Strategiephasen. Und im Grunde, wenn der Dr. Knaut gestern auf die strategieintelligente Vernetzung verwiesen hat, ist das ein Ergebnis dieses Anschubs seinerzeit im IT-Gipfelprozess. Dieses Schaubild ist weniger interessant, wenn man sich die Zahlen anschaut, weil da haben wir schon gesagt, wir liegen deutlich hinter dem Zeitplan, sondern vielmehr ist eigentlich das hier interessant. Das hier unten, nämlich welche Ansätze wir jetzt in welchen verschiedenen Phasen haben. Wir haben relativ lange gebraucht in Deutschland und ich glaube, das ist in den Städten und Regionen letztlich nicht anders, überhaupt erst mal eine Reformfähigkeit herzustellen, Aufmerksamkeit zu erlangen und letzten Endes das zu erreichen, was wir hier mal mit politischer Führung benannt haben. Es ist einfach notwendig, egal ob vor Ort oder auch auf Bundesebene, dass jemand vorwegläuft und auch etwas will. Und wenn er es will, muss er es natürlich auch verstanden haben, um es auch richtig kommunizieren zu können. Es ist an der einen oder anderen Stelle hier auch schon angesprochen worden, dass die Rolle des Bürgermeisters ganz entscheidend ist, um als Vorwegläufer tatsächlich auch Antrieb zu generieren. Die nächste Phase, die wir damals schon definiert haben, ist konzertiertes Handeln und das ist das, worauf ich Sie eigentlich aufmerksam machen möchte mit dem auch den Prozessen beziehungsweise den Aktivitäten, die ich Ihnen hier vorstellen kann. Das ist nämlich, wir reden über einen Multi-Stakeholder und Multi-Ebenen-Prozess, wenn wir von der Digitalisierung oder der digitalen Vernetzung von Städten und Regionen reden. Nicht mehr, aber vor allen Dingen auch nicht weniger. Das ist wirklich eine Herausforderung und ich bin fest davon überzeugt, dass die digitale Transformation des Landes und der Regionen nur auf verschiedensten Ebenen gemeinsam funktioniert. Und erst dann kommen wir in eine Phase, wo wir von Marktentfaltungen reden können, wo tatsächlich mal die freien Kräfte des Marktes, die Innovationsfähigkeiten auch der Unternehmen und hoffentlich vieler deutscher und europäischer Unternehmen und nicht allein nur der amerikanischen Unternehmen zum Tragen kommt. Denn da müssen wir ganz klar sagen, sind wir an vielen Stellen im Moment noch gehandicapt. Das nur noch mal ganz kurz ein zweites Bild aus dieser Strategieempfehlung seiner Zeit, die deutlich macht, wie diese auf verschiedenen Ebenen Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Fußhänd, wir in verschiedene Phasen oder durch verschiedene Phasen gehen. Und die nationale Strategie, die Herr Knaut angesprochen hat, oder die strategieintelligente Vernetzung, sehen Sie hier ganz vorne, die hatten wir mal für 2013 vorgesehen, gefordert. Die haben wir natürlich jetzt sehr spät bekommen und auch nicht in dem Maße, wie sie eigentlich fachlich, inhaltlich notwendig wäre. Deswegen arbeiten wir im Moment sehr intensiv daran, dass die digitale Agenda 2 der Bundesregierung wesentliche Elemente bezüglich Smart City, Smart Regions, intelligente Vernetzung in den Regionen auch enthält. Das heißt, blenden wir mal die Zahlen wieder aus. Also bis wir tatsächlich bei einem Rollout landen, wird jetzt noch einiges Zeit vergehen. Aber das Grundkonzept ist sowohl der Bundesregierung als auch den beteiligten Unternehmen an der Stelle bekannt. Worauf ich Sie hinweisen möchte, schon wieder so ein blödes Bild, sind unsere Webseiten an der Stelle. Und ich versuche jetzt mal, da reinzugehen. Ne. Geben wir eine Idee? Okay. Wo sind wir? Da sind wir. So, dann probiere ich das mal eben. Ne, tut's. Ne, egal. Was Sie, gehen Sie einfach selbst nochmal drauf, uns läuft auch so eh ein bisschen die Zeit weg. Was Sie da finden werden unter dem Ärzten deutschlandintelligentvernetzt.org ist im Grunde die gesamte Struktur und die verschiedenen Expertengruppen, auf die ich eben angesprochen hatte, mit sämtlichen Ergebnissen. Da finden Sie unglaublich viel spannende Inhalte. Unter anderem die Dokumente, die der Herr Groß schon mehrfach hier angesprochen hat. Also ein Aufruf zur intelligenten Vernetzung von Städten und Regionen, die Handreichung aus diesem Jahr zu Smart Cities, Smart Region speziell, aber auch zu den anderen Themenfeldern. Und unter divreport.de finden Sie für diese Kernthemenfelder Status- und Fortschrittsbericht. Und den erarbeiten wir gerade neu. Den wird es also Anfang nächsten Jahres in der top aktualisierten Version geben. Und dann können Sie über verschiedene Ebenen genau sehen, wo in welcher Ampelfarbe wir eigentlich mit was stehen. Das sage ich Ihnen deswegen, weil das etwas ist, was uns insgesamt als Methodik einfach hilft, Struktur in die Diskussion zu bekommen. weil das Problem, was wir an allen Ecken und Enden haben, ist, wir fangen immer wieder von vorne an zu reden und auf einem jedes Mal wieder beginnenden Niveau. Wir sind schon an vielen Stellen viel weiter. Wir müssen diese Erkenntnisse nur nutzen. Da gehe ich jetzt mal wegen der Zeit ein bisschen drüber weg. Ich wollte Ihnen darstellen eigentlich das Beispiel jetzt Energie und Energiewende, was die neuen Anforderungen sind. Wahrscheinlich brauche ich Ihnen das sogar nicht mal unbedingt erzählen. Was ich, worauf ich Sie hinweisen möchte, ist vom Prozess her, wir haben seinerzeit für alle diese Themenfelder, also Energie, Verkehr und so weiter, Zielbilder erarbeitet, weil diese Zielbilder sind Grundlage, um messen zu können, wo wir eigentlich stehen und wie wir uns weiterentwickeln. Und genau solch einen Zielbildprozess durchlaufen wir gerade ganz aktuell mit der Expertengruppe Smart City, Smart Region. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil nach meiner Kenntnis gibt es derzeit nirgendwo mal wirklich gesagt, was sind eigentlich die Ziele, die Vorstellungen, wo wir in Deutschland mit Smart City, Smart Region in 2020 und 2030, das sind unsere Messlatten, stehen wollen. Was wollen wir eigentlich erreicht haben? Und darüber reden wir gerade in dieser Expertengruppe. Percy Ott, einer der beiden Leiter, ist gerade gekommen und wird sicherlich nachher nochmal auch Gelegenheit haben, gegebenenfalls dazu Fragen zu beantworten. So, was jetzt dahinter steht, ist natürlich, Sie können Zielbilder formulieren, Sie müssen aber auch sagen, wie Sie am Ende des Tages dahin kommen, es umzusetzen. Das nur exemplarisch, das ist was wir damals für den Energiebereich erarbeitet haben, wann eigentlich wo was passieren muss und ich will nicht mit Ihnen natürlich in Details gehen, worauf ich hinweisen möchte, ist eigentlich diese Leiste an der Seite. Das zeigt Ihnen nämlich die fünf Ebenen, in denen wir denken. Wir haben eben gerade den Vortrag über die technische Ebene gehört. Wir haben natürlich immer eine prozessuale Ebene, wenn wir über Finanzierungen und Businessmodelle reden, sind Sie in der Business-Ebene. Ich habe es angesprochen, die Problematik in der rechtlich-regulatorischen Ebene und nicht zu vergessen, on top, das im Grunde Wichtigste für Akzeptanz und natürlich den Bürger mitzunehmen, ist die gesellschaftliche Ebene und Sie können sich vorstellen, dass Sie auf all diesen Ebenen natürlich Aktivitäten haben und in Ihren Smart City-Projekten werden Sie auf genau dieselbe Struktur Stoßläche bringen. Wann reden wir darüber, dass wir das Ganze nicht nur in einer Stadt, in zwei Städten, in drei Städten, sondern im ganzen Land, in allen Städten und Regionen haben. Das ist also explodiert, die Komplexität und das Ganze gepaart mit einer entsprechenden, das haben Sie eben schon gesehen bei dem Markus Warta, also die Komplexität innerhalb einer Stadt, das Ganze nochmal gepaart mit der zunehmenden Geschwindigkeit, die Argumentation um die zunehmende Geschwindigkeit in der digitalen Welt brauche ich Ihnen auch nicht erklären, nur das Bild nochmal in Erinnerung. Also, zunehmende Komplexität und zunehmende Geschwindigkeit sind die Herausforderungen, für die wir gestehen und wir haben versucht, das ist auch aus dem Gipfelprozess heraus, mal für Politiker seinerzeit einfach zu sagen, was sind denn jetzt die Kernherausforderungen, wo ihr ansetzen müsst. und jetzt ist natürlich völlig klar, dass jetzt so drei Sätze je Bereich nicht vollständig abbilden kann, die Komplexität und die Herausforderungen in der Geschwindigkeit und damit möchte ich Ihnen verdeutlichen, wir sind in der Diskussion und das werden Sie vermutlich vor Ort ähnlich feststellen, immer zwischen wie sage ich es meinen Kindern und Großeltern einfach und wie decke ich aber gleichzeitig den wirklichen Komplexitäts- und Fachanforderungskatalog ab. Enorm schwer. Also haben wir ein paar Erfahrungen gemacht, also wenn Sie vor Ort mal vor so einer Situation stehen, wie erkläre ich meinen Bürgermeister oder Ratsmitgliedern es einfach, dann entweder Edaska oder gerne auch uns im IT-Gipfelprozess. Wir haben herausgearbeitet, das nur kurz angesprochen, so verschiedene Ebenen die wichtig sind, um so etwas operativ auch anzugehen, also im Sinne der Anforderungen auf der Prozessebene, also Infrastruktur aufbau fördern, Industrie übergreifen, Zusammenarbeit ermöglichen, all solche Dinge. Auch das finden Sie in den Dokumenten nochmal erklärt, denn entscheidend ist, und da sehen Sie auch den Begriff der Gremien, da möchte ich Bezug nehmen nochmal auf den Vortrag vor mir, es funktioniert nur, wenn Sie diese Einzelteile miteinander in Beziehung setzen. Jetzt nur auf eine technologische Gremienarbeit zu schauen, hilft Ihnen überhaupt nicht. Auf der anderen Seite nur, sag ich mal, jetzt in Foren zu gehen, das FACITY Forum fällt mir gerade ein, wo Sie sich mit den Städten zusammentreffen, reicht Ihnen auch nicht. Sie müssen also die verschiedenen Aspekte integrieren und das ist doch eine ziemliche Herausforderung. Wer muss jetzt eigentlich was tun? Das ist mal jetzt ein bisschen schnell zusammengefummelt und ließe sich natürlich beliebig vertiefen. Wir haben diverse Workshops durchgeführt und Sie finden über die Webadressen, die ich Ihnen gerade genannt habe, eine weitere Webadresse, nämlich div-konferenz.de Da haben wir Konferenzen, Workshops durchgeführt, wo wir genau diese Fragen gestellt haben, wer muss jetzt wann was tun, um was zu erreichen. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, das werden wir sicherlich noch häufiger bearbeiten müssen, weil wir festgestellt haben, dass da die Zeit von einem Konferenztag auch nicht wirklich gereicht hat. Noch weitere Grundlagen, was braucht es? Ein ähnliches Bild, alles mehr oder weniger schon die Tage angeklungen, Sie brauchen natürlich erstmal eine Vorstellung, wo es hingehen soll. Wir haben gehört, Berlin mit der Strategie, mit der Vorgehensweise, wir wissen aber genauso, jeder hat seine eigene Vorgehensweise, die einen sehr strategisch mit einem großen Batzen Papier strategisch vorgearbeitet, die anderen sehr agil und sehr ad hoc, aber dafür vielleicht auch ein bisschen schneller etwas Sichtbares vor Ort zu produzieren. Beides hat seine Berechtigung. Sie brauchen Ressourcen, sie brauchen Menschen und sie brauchen Geld. und wer immer denkt, ein Smart City Projekt oder ein Smart Region Projekt angehen zu können als nettes Versprechen, der nicht Ressourcen hinten mit hineinpackt, wird scheitern. Da fangen Sie am besten gar nicht erst an, das ist Unsinn. Kein Projekt der Welt funktioniert ohne Ressourcen und ohne Geld. Und wir reden hier über wirklich große und komplexe Projekte. Nächstes wichtiges entscheidendes Thema ist Know-how. Völlig klar, aber wir haben da ein Riesenproblem. Jeder wird sagen, natürlich braucht man, aber wir haben zu wenig davon. Wir haben zu wenig Fach- Know-how auf der digitalen Ebene, wir haben viel zu wenig Know-how auf der Prozess- und Projektmanagement- Ebene, haben wir gestern auch nochmal in einem Vortrag schön gehört. Und wenn wir Know-how haben, dann haben wir das silo-artig und profitieren viel zu wenig davon, wo andere an anderer Stelle schon Know-how generiert haben. Also insofern eine Riesenbaustelle, wo ich glaube, dass wir gerade auch in der Kooperation mit VDE eine Menge noch bewegen können. Dann ist es wichtig, dass tatsächlich auch Entscheidungen getroffen werden. Wir haben das erlebt, sowohl regional als auch auf Bundesebene angesprochen, dass da Entscheidungen getroffen werden und sich wirklich mal bewegt. Das dauert viel zu lange. Und bei der Geschwindigkeit, die ich eben kurz angesprochen habe, jeder Tag, den Sie länger brauchen, zu entscheiden, tut Ihnen am Ende weh. Umsetzung, alles ist nichts wert, wenn Sie nur nettes Papier produzieren und schöne Workshops machen, aber nicht tatsächlich Real Projekte umsetzen und am Ende darüber reden und Kommunikation nicht nur am Ende, sondern im gesamten Prozess haben wir auch schon an verschiedenen Stellen angesprochen und ich möchte eine Sache hinzufügen, die da in der Mitte noch fehlt, bitte konsequent sein, konsequent ja oder konsequent nein. Ich finde es nicht schlimmer, also persönlich gesprochen auch, als wenn so halb gar Projekte angeschoben werden, weil dann ist das Ressourcen Verschwendung und Sie verbrennen Personal in den eigenen Reihen. Seien Sie sich also, wann immer Sie ein Projekt im Smart City, Smart Region Kontext anfassen, bitte bewusst der Konsequenz, mit der Sie in solchen Prozess fahren müssen und reden Sie mit vielen guten Leuten, die es inzwischen gibt, die erste Erfahrung da gemacht haben. Ein Hinweis noch, wir haben neben den Dokumenten, die schon angesprochen worden sind, zum Digital Gipfel in diesem Jahr einen Aufruf an die Bundesregierung übergeben, nämlich Zukunft wird vor Ort gemacht, was wir jetzt tun müssen, um die digitale Vernetzung voranzubringen, recht high level zugegeben, Ziel ist dahinter, dass aber das Thema in der Bundespolitik stärker verankert wird und das zielt auf drei Bereiche, erstmal nochmal Bewusstsein schaffen, im Politikerkopf auch verankern, Modellregionen voranbringen und Modellregionen nicht im Sinne von den zehntausend Piloten nochmal, sondern tatsächlich in Modellregionen in die Realumsetzung zu kommen und diese Modellregionen miteinander dann zu vernetzen. Da hat der Herr Dr. Knaut ja gestern auch schon von gesprochen, was das BMWi in Planung hat und nicht zuletzt und zuvorderst die Zusammenarbeit stärken und da möchte ich Sie auch explizit aufrufen, gerne, wenn Sie Interesse haben, im Digitalgipfel Prozess oder auch bei Bitkom, für die ich ja heute hier auch stehe, mitzuwirken. Hier nochmal der Hinweis, ganz spannendes Chart von Herrn Dr. Knaut gestern, weil das hat man so noch nirgendwo gesehen und ich glaube auch nicht so ganz sicher, ob er das so öffentlich noch an vielen Stellen sagen wird, weil die Digitalagentur ist insgesamt ja recht umstritten politisch betrachtet, aber was dahinter steht, ist der zweite Satz als Kompetenzzentrum, das ist extrem entscheidend. Der Gedanke, den er gestern ausgeführt hat, sagt ja, in der Bundesregierung Kompetenz anzuhäufen, hätte ich jetzt fast gesagt, nein, zusammenzuführen oder der Bundesregierung nahe, in der Bundespolitik Kompetenz zu erhöhen, weil wenn sie da keine Kompetenz haben, haben sie keine vernünftigen Ansprechpartner, wird auch keine vernünftige Politik gemacht, hat er alles gestern ausgeführt. Ich wollte Ihnen zeigen, dass wir gerade vom Bitkom Empfehlungen für die Koalitionsverhandlungen beziehungsweise die Sondierungsgespräche seinerzeit abgegeben haben und da steht unter anderem die Empfehlung zum Kompetenzzentrum drin. Da haben wir nicht voneinander abgeguckt, aber wir haben, glaube ich, jeweils voneinander erkannt oder jeweils unabhängig voneinander erkannt, wie wichtig es ist, hier auch Kompetenzen zusammenzubringen und auf diesen verschiedenen Ebenen zu unterstützen. Da gibt es ein ganz langes Dokument mit ganz vielen weiteren Empfehlungen, finden Sie auf der Webseite des Bitkom und lohnt sich auch hineinzuschauen, weil da noch viele weitere kluge Aussagen drinstehen, das ist wirklich nur eine herausgegriffen. Da gehe ich mal drüber hinweg, auch über die EU-Förderprogramme gehe ich mal hinweg, noch ein Hinweis, was so regional passiert, die Metropolregion Rhein-Neckar ist die erste Modellregion im Sinne von Dr. Knaut und von Dr. Knaut und dem BMWi auch gefördert, in denen dieses Konzept der intelligenten Vernetzung umgesetzt werden soll und gefördert umgesetzt werden soll. Die Idee ist, dass es weitere Regionen geben soll, so ein bisschen ähnlich auch wie die Hub-Initiative. Also insofern schauen Sie ein bisschen drauf, es entstehen jetzt aus der Bundespolitik heraus und natürlich weiterhin auch aus der EU heraus Aktivitäten, die Förderungen bedeuten, die finanzielle Förderung bedeuten, aber die vor allen Dingen auch hilfreich sind in der Vernetzung untereinander, im Austausch von Erfahrung, von Wissen und vielleicht auch der Möglichkeit, nicht immer alles von vorne erfinden zu müssen. ist im Übrigen ein ganz wichtiger Punkt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, dass wir aufpassen müssen, dass wir in Deutschland nicht so einen digitalen Flickenteppich erzeugen, weil jede Stadt macht so für sich rum, realisiert den Silo und einen anderen Silo, also jeweils Lösungen, die nur für sich gedacht sind. Innerhalb einer Stadt mag das ja tatsächlich auch noch funktionieren, aber wenn Sie dann anfangen, dass Sie natürlich Lösungen haben, die über Stadtgrenzen hinweg funktionieren müssen, und dann ist die nähere Region der einfachste Fall, aber Elektromobilität oder andere Dinge funktioniert halt nicht nur in Stadtgrenzen, und das heißt, Sie müssen insbesondere auch auf der technischen Ebene schauen, dass Sie die Kompatibilität und die Interoperabilität und die Datenaustauschmöglichkeiten gewährleisten, deswegen ist auch die DIN-Aktivität so sehr wichtig, aber auch darüber hinaus glaube ich, sind wir gut beraten, wenn wir jetzt Initiativen nutzen, die existieren, um auch die Zusammenarbeit zwischen Städten auch auf der Ebene des technischen Austausches zu fördern. So, und ein weiteres Beispiel, was ich mitgebracht habe, aber da ist der Herr Tartore gleich auch noch auf der Bühne aus Darmstadt, das ist der Bitkom Digitale Stadtwettbewerb, eine, denke ich, herausragend auch kommunikativ aufgenommene Maßnahme, um in Deutschland Städte zu unterstützen und hier jetzt explizit eine Leuchtturmstadt zu schaffen, aber man wäre natürlich törig, wenn man jetzt nicht daraus ein Netzwerk schaffen würde und tatsächlich auch anderen Städten oder in Zusammenarbeit mit anderen Städten Mehrwert generieren würde. Ja, das spare ich mir jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie jemand auf die Zeit geguckt hat, will ich nur noch das kurz sagen, vielleicht auch in Anlehnung an den Vortrag gestern bezüglich des Projektmanagements, ich habe die Konsequenz nach wie vor nochmal in der Mitte stehen, aber die Thematik, wie steuere ich jetzt diesen Prozess, auch Markus Warte hat es eben angesprochen, in so einem Phasenmodell, ist extrem wichtig, tauschen Sie sich darüber aus, es gibt genug Leute, die über Rollen und Prozesse und Verantwortlichkeiten und Strukturen schon Erfahrung gesammelt haben und überlegen Sie sich das nicht, alles komplett von vorne, woran wir als nächstes weiter arbeiten werden, sind insbesondere auch die Methoden, auch jetzt Projektmanagement seitig, wie gestern mal angesprochen. Gut, ja, das wäre es von meiner Seite als Impuls und gehen Sie auf die Webseiten und wenn Sie mitwirken möchten, lassen Sie es uns gerne wissen. Ja, Herr Mühlner, erst mal ein Applaus für Sie. Vielen Dank dafür und vielleicht auch noch mal ein kleiner Hinweis für die Organisation des heutigen Vormittags. Wir werden, weil jetzt die Zeit etwas vorangeschritten ist, den Speakern eher ein bisschen mehr Zeit geben und nachher ihnen die Möglichkeit geben, direkt Fragen an die Speaker zu stellen. Das heißt, also die Schlussrunde, die hier vorgesehen ist, die opfern wir der direkten Fragerunde. Da sagten Sie ja gerade, dass ich jetzt dabei das nochmal zu aktualisieren. Hat sich denn da was groß getan? Also wir haben die ersten grünen Ampeln. Ich kann verraten, als wir 2012 das erste Mal den DIFF-Report rausgegeben haben, gab es nicht eine grüne Ampel, es war nur rot und gelb. Jetzt gibt es einige grünen Ampeln, aber das sind natürlich deutlich zu wenig. Ein bisschen was getan hat sich bei Bildung. doch deutlich getan hat sich auch bei Gesundheit und bei Energie. Bei Energie eigentlich mehr als bei Gesundheit. Da möchte ich mal verweisen auch auf diese Webseite DIFF-Report. Ich bin Michael Luperz von Energy News TV. Die Frage, die ich an Sie habe, geht eigentlich einher damit, die berühmte Kette ist ja meistens nur so stark, wie das Schwesterglied ist. Wenn ich jetzt auch so den Breitbandausbau nehme oder den Kommunikationsbereich die Digitalisierung nehme, ich bin häufig in Brandenburg unterwegs und finde dort sehr viele Oasen der Entschleunigung. Die Frage ist, wie schaut sie damit aus? Gibt es die LTE-Lösung? Wird die weiter ausgebaut? Ist das im Plan? Oder ist es etwas, was man oft in der Politik hört? Da will keiner so richtig hin. Es ist ein wirtschaftliches Problem. Da bauen wir nicht aus. Also ich denke dieses Problem ist seit Langem eigentlich allen Beteiligten bewusst und klar. Es gibt erst mal niemanden mehr, der jetzt nicht sagt, Breitbandausbau flächendeckend muss sein. Die Frage ist allein, wie man das tatsächlich erreicht. Es gab verschiedene Ansatzpunkte. Das eine war über Beratung, weil es ja eine Grundsatzentscheidung gab, dass der Breitbandausbau privatwirtschaftlich ökonomisch erfolgen soll. Der Staat hätte ja auch sagen können, ich habe hier Daseinsvorsorge und ich statte alle aus mit Glasfaser. Hätten sie natürlich nicht finanzieren können, damals schon nicht, aber es soll ja privatwirtschaftlich organisiert werden. Also insofern muss man auch damit leben, dass Unternehmen nur da investieren, wo es sich auch rechnet. Das ist erkannt, dieses Problem, und insofern wird das vom Bund ja auch über Förderprogramme inzwischen adressiert. Da gibt es ganz praktische Hürden, die sagen, dass dieses Fördervolumen gar nicht ausreichend ausgeschöpft wird, dass Kommunen und Regionen Unterstützung brauchen, wie sie eigentlich sich da annähern, wie sie das tun. Und letzten Endes brauchen sie natürlich auch Leute, die es tatsächlich nachfragen. Also das kann ich aus der Telekom-Sicht sagen, dass wir schon die Erfahrung gemacht haben, dass der Ruf natürlich nach Breitband immer sehr groß ist, aber wenn sie tatsächlich reingehen und fragen, wer braucht den jetzt ganz konkret, dann wird das plötzlich relativ wenig. Ich habe nicht umsonst Konsequenzen da reingeschrieben, wenn ich entscheide, dass es privatwirtschaftlich ausgebaut werden soll, dann heißt das eben halt so was, dann muss ich anders entscheiden. Oder ich muss entsprechende Unterstützung geben, aber da kann ich sagen, da wird intensiv daran gearbeitet und da wird es ja auch in der nächsten Legislatur weitere breite Unterstützung und Fördermaßnahmen geben, weil das ist ja nun wirklich ganz oben auf der politischen Agenda. Also ich persönlich gehe davon aus, dass wir hoffentlich dieses Problem der Funklöcher und der Netzlöcher nicht mehr haben werden in allzu naher Zeit.